Musik Wir sind alles Amateurmusiker, auch dafür mit Leib und Seele dabei. Wir haben alle irgendwie noch einen anderen Beruf. Es ist die Lebendigkeit, es ist die Vielseitigkeit, es lässt unwahrscheinlich viel Raum an Improvisationsmöglichkeiten. Man kann den Stücken einfach auch seine eigene Handschrift aufdrücken und es ist einfach so mitreißend. Musik Und selber schon mal in Deutschland gewesen auch? Ja, dieses Jahr erst wieder zum St. Patrick's Day. Das ist so eine Weiterbildung für uns und Inspiration. Und wenn man das aufgesaugt hat, dann kommt man auch von der irischen Musik nicht wieder weg. Musik Und hier... Musik Musik Und hier... Musik Und hier... Musik Und hier... Musik Musik